Einige von euch haben Probleme damit, das Öl in Assassin's Creed Valhalla zu finden und deswegen jetzt in diesem Video mehr dazu. Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein ins Video. Damit wir das Öl finden können, müssen wir das Öl quasi erstmal aufdecken und dafür müssen wir nach Südsexe reisen. Wie jetzt auch hier auf der Karte markiert, und zwar müssen wir da Rottgabel siegen. Das ist ein Eiferer. Ich empfehle dafür ganz stark den Skill, dem Tod von der Schippe springen. Der befindet sich hier auf der linken Seite und mit dem Skill könnt ihr dann die Zeit verlangsamen, wenn ihr dann im richtigen Moment ausweicht, so könnt ihr dann Treffer landen. Und so ist die ganze Geschichte eigentlich auch relativ easy. Feuer und Gift hilft natürlich auch dabei. Wenn wir das gemacht haben, deckt sich ein weiterer Hinweis für uns auf und dafür müssen wir nach Hamtonshire reisen. Und zwar müssen wir dafür in die Nähe des Hängehöfts. Das ist einmal hier und hier befindet sich dann der nächste Hinweis. Hier findet nämlich die Festlichkeit statt, von der gesprochen wurde und hier könnt ihr einmal scannen und dann seht ihr hier, ist der Hinweis direkt auf dem Tisch. Der nächste Hinweis sagt uns, dass wir einen Schweinehof auf der Abtei Redinger durchsuchen sollen und die Abtei befindet sich einmal hier. Und wenn wir jetzt hier angekommen sind, können wir uns einmal links halten und hier seht ihr dann schon, dass hier die Schweine sind. Einmal hier rüber springen, ganz wichtig einmal den Brunnen aufschießen, in den Brunnen hinein, in den Brunnen hinein, in den Brunnen hinein. Und dann befindet sich hier unten der nächste Hinweis. Wenn wir dann alle Hinweise beisammen haben, dann können wir uns hier das Ordensmitglied im Ordensmenü markieren, mit X oder auf der PS4 daneben mit Viereck. Und dann müssen wir auf der Karte nur noch nach diesem Symbol hier suchen, mit dem Baum, dorthin reisen. Und dann können wir von hier oben ganz gediegen das Attentat ausführen. Wenn du Bock auf nochmal hilfreichen ASD-Content hast, dann kannst du gerne ein Abo dalassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.